Die Tätigkeiten, die ich mache, sind zuerst den Kunden beraten, am Telefon aber auch persönlich, dann Mails abchecken und darauf antworten, am Machen, dann Aufwerten machen oder Teile ausgeben, Serviceteile, die man im Alltag sehr oft verwendet. Wir müssen auch schauen, dass der Showroom sauber ist, also dass unsere Lifestyle-Sachen, die wir haben, schön draußen aufgestellt sind. Was ich als Besonderes gemacht habe, ist, dass alle familiär sind. Also, jeder hat es mit ihrem Gut, man hat Spass zusammen während der Arbeit. Also, es gefällt mir der Beruf mit dem Kundenkontakt. Auch von den Autos bin ich sehr fasziniert. Also, seit klein aus wollte ich zuerst einmal Mechatroniker werden. Da wurde ich nichts damit, weil es nachher am Schluss doch noch gefallen hat. Aber trotzdem wollte ich etwas mit Autos zusammenarbeiten, dann bin ich auf diesen Beruf gekommen, dort habe ich das Fach der Telelogistik. Und am Schluss bin ich jetzt hier und mache da meine Lehre. Ich habe diese Lehre gewählt, weil ich liebe es gerne, mit den Kunden zusammenzuarbeiten. Und es ist auch gleichzeitig, dass man eben auch am Sitz ist, am Büro und gleichzeitig auch Lärmung zum Beispiel Ersatzteilungen holen. Und am Mechka oder am Kondi vorne und halt das Telefon abnehmen, Mail zu schreiben. Ja, das gefällt mir recht gut. Danke. 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 Untertitelung des ZDF, 2020